Jo, moin Leute, herzlich willkommen am 29. Spieltag mit den Predictions der Barmer Pro A. Zweite Bundesliga im Basketball. Los geht's. Alle Spiele live auf Sportdeutschland.tv. Heute um 18.30 Uhr Nürnberg. Falkens BC unterlegt. W.I.H. Pindas Schwemmingen 81 zu 98. Dann um 19.00 Uhr VfL Kirchheim Knights gewinnen gegen Adlant Duergens 88 zu 77. Dann um 19.30 Uhr die Bayer Giants Leverkusen schlagen die Dresden Titans 78. Dann um 19.00 Uhr die Tübingen Tigers unterlegen die Römer Strom Gladiators Trier 71.00 Uhr zu 99.00 Uhr. Dann um 19.00 Uhr geht 99.00 Uhr zu 67.00 Uhr aus für die Uni Baskets Paderborn. Herzlichen Glückwunsch! Dann Rasta Wächter schlägt Phoenix Hagen 71 zu 66.00 Uhr. Dann und morgen um 15.00 Uhr Eisbären Bremerhaven verlieren gegen PS Karlsruhe Lines 81 zu 91.00 Uhr. Mit die Polis SC Jena gewinnt gegen ART Giants Düsseldorf 95.00 Uhr zu 85.00 Uhr. Um 18.00 Uhr WWU Baskets aus Münster schlagen die VfL Sparkassen Stars Bochum 93 zu 86.00 Uhr. Das war's vom 29.00. Spieltag. Der Barmer Pro A. Zweite Basketball Bundesliga. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten. Vergiss kein Abo. Daneben ist das Glöckchen, das nicht vergessen sagt die Wehen. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann, gut. Bis dann, gut. Tipp auf. Ciao. Ciao. Ciao.